Dieser Ort ist total unheimlich. Hast du schon mal sowas leckeres in deinem Leben gesehen? Das sind ganz gewöhnliche College-Girls. Geh rüber und quatsch mit ihr. Möcht ihr quatschen? Immer schön grinsen und lachen. Na Leute, geht ihr campen? Wir sind im Land der Dorftrottelfreunde. Oh mein Gott. Ich glaub nicht, dass ich mich in meinem eigenen Ferienhaus befinde. Wer hat los, nackt zu baden? Ich! Da! Kacke! Wenn ein College-Girl halbnackt vor dir rumtänzelt, dann rufst du gefälligst nicht meinen Namen. Rein mit ihr, Alice! Oh nein! Wir haben eure Freundin! Alison! Verflucht, warum laufen die denn weg? Sie hat eine Alison mitführt! Annie! Das müsst ihr euch ansehen. Das ist nur eine Hütte. Deshalb müssen sie noch keine Massenmörder sein. Warum bin ich hier? Keine Angst, ich hab dich gerettet. Er muss allergisch gegen Wespenstiche sein. Er ist gerannt wie von einer Tarantel gestopfen. Laut, du wolle erleben! Die haben ihn getötet, Mann. Und seine Leiche ist eine Botschaft für uns. Das ist keine Arbeit für ein hübsches Mädchen wie dich. Ich komm von einem Bauernhof. Also anpacken oder Koffer packen. Er lässt sie ihr eigenes Grab schaufeln. Hier geht es nur um eine Sache. Wir gegen diese Typen. College Kids! Hey, College Kids! College Kids! Sie werden sie töten. Wir haben nicht viel Zeit. Jetzt! Alles in Ordnung? Das ist ein Selbstmordkommando. Die kommen hierher und wollen sich irgendwo im Wald umbringen. Oh mein Gott, das ergibt wirklich einen Sinn. Das ist alles in Ordnung.